Hallo meine Freunde und schön, dass ihr am Start seid. Es gibt mal wieder ein paar News-Überichten und dieses Mal zum Eurotraxenmonator 2 und einen neuen Aufliegerhersteller. Ja, ihr habt es ja wahrscheinlich schon letztes Jahr mitbekommen, dass SCS mit einigen Herstellern neue Kontakte geknüpft hat, gerade auf der Messe in Hannover. Und eine der Firmen ist Tiranz, ein türkischer Aufliegerhersteller mit sehr, sehr großem Spektrum von Bau bis Landwirtschaft und ganz normal Sattelaufliegern. SCS freut sich auf jeden Fall mit dieser Zusammenarbeit und in den nächsten Tagen oder Wochen werden wir definitiv auch mehr sehen. Das sind erstmal ganz rohe Bilder, also Rohmaterialien sind schon normal hier zu sehen. Da würde ich schon fast sagen, wenn ich jetzt so überlege, wie lange es bei Feldbinder gedauert hat, kann es durchaus sein, dass wir es vielleicht dieses Jahr noch bekommen. Aber naja, warten wir erstmal ab. Der sieht schon ein bisschen detaillierter aus, die Reifen und diese Schmutzfänger und die Seitenbekleidung. Aber naja, ist noch alles ziemlich im Robo-Aufbau. Trotzdem freue ich mich, neuer Auflieger wird wahrscheinlich ein kostenpflichtiges DLC werden. Wir wissen es nicht, wir warten einfach mal ab. Ja, findet ihr das auf jeden Fall in Ordnung. Dann, ja, neuer Auflieger, dann schreibt es in die Kommentare oder gebt dem Video einen Daumen und nicht vergessen, heute bin ich live um 20.30 Uhr. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bye, bye. Stop, no. Haha.